Hallo und herzlich willkommen bei StayGeeky und zur nächsten Spielerezension. Mein Name ist Dennis Matthias und heute möchte ich dir gern von Yellow Games Little Town zeigen, ein Spiel für eine Altersgruppe von zehn Jahren oder rüber mit einer Spieldauer von 45 Minuten für zwei bis vier Spieler. Little Town ist eine Wirtschaftssimulation. Wir bauen unser eigenes Dorf mit einem recht ungewöhnlichen Spielmechanismus. Schauen wir uns den doch einmal an. So, wir haben hier ein Zweispielerspiel von Little Town aufgebaut. In jedem Spiel spielen wir mit zwölf verschiedenen Gebäuden und fünf Weizenfelder. Im Spiel sind noch weitere Gebäude enthalten, die wir jetzt hier in dieser Spielpartie nicht benötigen, die aber den Wiederspielwert von Partie zu Partie natürlich deutlich erhöhen. Die Spielfläche ist im Prinzip aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal hier unten den Bereich, wo wir Gebäude kaufen können. Wir haben hier auch noch einen Runden-Tracker und eben halt auch unsere Siegpunktleiste. Und hier das Gebiet, wo wir unsere Arbeiter platzieren können, um Ressourcen zu sammeln. Jeder Spieler bekommt zu Beginn des Spiels eine gewisse Anzahl an Zielkarten. Die sind abhängig von der Anzahl der Spieler. Wir müssen jetzt zum Beispiel in diesem Spiel mehr Gebäude als Arbeiter besitzen. Wir müssen alle unsere Arbeiter mit Fisch füttern. Wir müssen ein Gebäude bauen, was mindestens drei Holz kostet. Und wir müssen ein Gebäude bauen mit zwei verschiedenen Ressourcen. Okay, die Ressourcen, die im Spiel zur Verfügung stehen, sind Stein, Holz, Weizen und Fisch. In einer Runde hat ein Spieler zwei verschiedene Möglichkeiten. Als erstes können wir einen Arbeiter beliebig auf dem Feld platzieren, beispielsweise hier. Und wir würden alle acht Felder um diesen Arbeiter herum aktivieren. Aktivieren heißt, wir sammeln die Ressourcen jetzt derzeit, die auf der Spielfläche abgebildet sind. Das heißt, wir haben hier zwei Seen, bekommen aus dem Vorrat zwei Fisch und wir haben noch einen Baum, bekommen also auch noch ein Holz. Damit wäre der nächste Spieler an der Reihe jetzt seinen Arbeiter zu platzieren. Beispielsweise könnte er sich hierhin platzieren, würde ein Holz nehmen und entsprechend zwei Steine. In unserer nächsten Runde hätten wir jetzt die Möglichkeit, entweder den Arbeiter wieder hier zu platzieren oder ein Gebäude zu errichten. Wir haben in der letzten Runde ja jetzt schon ein Holz gesammelt. Das heißt, wir könnten unseren Arbeiter hier zum Errichten platzieren und so ein Weizenfeld auf der Fläche platzieren. Beispielsweise hier. Um zu markieren, dass dieses Feld uns gehört, platzieren wir ein, unsere Häuser da drauf. Und immer wenn wir jetzt einen Arbeiter platzieren, beispielsweise der orangefarbene wird jetzt hier seinen Arbeiter platzieren, würde er wie gewohnt die Ressourcen nehmen und könnte sich jetzt auch entscheiden, dieses Gebäude zu aktivieren. Würde er das tun, müsste er aus einem Vorrat ein Gold an den lilafarbenen Spieler bezahlen, um dieses Gebäude nutzen zu dürfen und würde sich dann ein Weizen noch zusätzlich nehmen. Dafür, dass wir dieses Gebäude errichtet haben, bekommen wir auch drei Siegpunkte und wären jetzt auch wieder an der Reihe. Wir könnten beispielsweise unser Arbeiter jetzt noch hier platzieren, bekommen zwei weitere Fisch aus dem Vorrat. Der orangefarbene könnte jetzt beispielsweise seinen Arbeiter nochmal auf das Bauenfeld platzieren, denn er hat jetzt mittlerweile hier schon sehr, sehr viele Ressourcen gesammelt und kann jetzt entsprechend schon mächtigere Gebäude bauen. Beispielsweise könnte er jetzt für vier Holz bereits dieses Gebäude hier bauen, beliebig auf der Fläche platzieren, bekommt dafür sechs Siegpunkte und wir haben, wenn wir dieses Gebäude aktivieren, die Möglichkeit zwei Weizen abzugeben und dafür fünf Siegpunkte zu bekommen. Wir könnten einen weiteren Arbeiter hier platzieren, bekommen einen Baum, einen Stein und einen Fisch aus dem Vorrat. Der orangefarbene Spieler platziert meinetwegen sein Arbeiter hier, bekommt ebenfalls zwei Fisch. Und mit unserem letzten Arbeiter bauen wir jetzt auch ein Gebäude, wir haben ein Holz und einen Stein und errichten diesen Brunnen, bauen ihn zum Beispiel hier hin. Wir müssen noch die Gebäude platzieren. So. Der orangefarbene Spieler hätte jetzt hier noch die Möglichkeit, seinen Arbeiter hier zu platzieren, bekommt einen Stein, könnte jetzt wieder das Weizenfeld benutzen, bekommt noch ein Weizen, hat zwei Weizen, kann diese abgeben, bekommt dafür fünf Siegpunkte und kann ebenfalls diesen Brunnen hier aktivieren, gibt dafür wieder eine Münze aus und bekommt noch einmal zwei Siegpunkte. Jetzt haben alle Spieler ihre Arbeiter eingesetzt. Damit endet die erste Runde. Was wir jetzt tun müssen, wir uns unsere Arbeiter versorgen. Jeder Arbeiter muss mit entweder einem Weizen oder einem Fisch versorgt werden. Schauen wir uns den orangefarbenen Spieler an. Er hat zwar in dieser Runde sehr, sehr viele Punkte erzielt, hat allerdings nur zwei Fisch. Das heißt, drei Arbeiter bleiben unversorgt. Diese Fische müssen abgegeben werden. Für jeden Arbeiter, der nicht versorgt wird, verliert der Spieler drei Siegpunkte. Das heißt, von den 13 errungenen Siegpunkten bleiben jetzt leider nur noch vier übrig. Der lilafarbene Spieler hat alle seine Arbeiter versorgt und kann zudem auch noch Siegpunktkarten werden. Wir haben einmal alle unsere Arbeiter mit Fisch versorgt, bekommen dadurch zwei Siegpunkte und wir haben zusätzlich ein Gebäude gebaut mit zwei verschiedenen Typen Ressourcen. Das heißt, wir bekommen noch einmal zwei Siegpunkte. Was wir hier auch schon sehen, dass Gebäude nur einmal errichtet werden dürfen. Das heißt, es werden keine neuen Gebäude aufgedeckt und im Prinzip darf ein Arbeiter nur auf eine freie hellgrüne Fläche platziert werden. Das heißt, nicht auf einem Feld, wo Ressourcenfelder sind und auch nicht auf Gebäudeplättchen. Das heißt, je nachdem, wie wir die Gebäude auch errichten, blockieren wir verfügbare Felder und wir können diese Felder auch mit unseren Arbeitern für die anderen Spieler blockieren. Das Spiel wird dann über vier Runden fortgesetzt und es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Für alle drei Gold, die ich noch in meinem Vorarbeinenden des Spiels besitze, bekomme ich noch einen Siegpunkt. Littletown ist ein Spiel, das mich mit seinem innovativen Spielmechanismus wirklich überrascht und überzeugt hat. Durch das Platzieren der Arbeiter und das Aktivieren aller Felder um diesen Arbeiter herum oder eben halt auch das Bauen der Gebäude haben wir hier unheimlich viele taktische Möglichkeiten, indem ich mit meinen Arbeitern gegebenenfalls Flächen auch besetze, die mein Gegner für sich nutzen möchte, indem ich Gebäude so baue, dass eben halt ein Aktionsfeld, was einen unheimlichen Synergieeffekt für meinen Gegner geboten hat, blockiere, dass hier kein Arbeiter mehr platziert werden kann. Sehr individueller und sehr innovativer Mechanismus, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Littletown bietet auch einen sehr hohen Wiederspielwert, einfach weil es eine hohe Anzahl an Gebäuden gibt und vor einem Spiel gibt es hier zum Beispiel auch einen Drafting-Mechanismus, dass die Spieler auch die Gebäude wählen, die in diesem Spiel eine Rolle spielen werden und insbesondere wenn man diese Gebäude kennt, vielleicht auch Synergieeffekte schon kennt und plant, macht dieser Drafting-Aspekt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Auch kommt das Brett mit zwei verschiedenen Seiten, so dass die Startfelder hier nochmal anders sind, das gibt dann auch nochmal andere taktische Möglichkeiten. Wie gesagt, sehr innovatives, sehr überraschendes Spiel. Acht von zehn Punkten für Littletown von unserer Seite. Ich hoffe, dir hat die Spieler-Rezension gefallen, falls ja, lass gerne ein Like da, abonnieren unseren Kanal, falls es noch nicht passiert und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Stay Geeky, ciao!